so willkommen zurück zu white day im nächsten set zuletzt haben wir das nette mädel da getroffen was ich erhängen wollte und ja jetzt gehen wir mal weiter der hausmeister ist immer noch an unseren fersen offen er geht mal jetzt weg und ja gehen wir mal jetzt weiter ja gehen wir schön weg geht er weg ich glaube schon aber warum ja er ist weg gut wieso stehst du denn da hinten ich kann ihn verstecken wo ist denn der ganz im ernst ich hatte gehofft er würde nicht hier reingehen aber er geht hier rein wenn ich den wieder am bein habe dann ist hier wieder zapfenstreich mit spielen das ist eher lästig ganz im ernst aber ich will unbedingt mit dem mädel reden von daher naja wirklich Dann mach die Tür zu und verpiss dich. Oh Gott. Ja, als ob du mich jetzt gesehen hättest, bitte. Oh Gott, ich habe die Tür, ich habe die Tür. Oh Gott. Ja, woher der denn das, bitte? Was tut der? Ist der da eben nicht lang gelaufen? Oh, jetzt tun wir die halbe Aufnahme damit verbringen, nicht uns von dem Hausmeister erwischen zu lassen. Genius, let's play. Genius. Ach, ja, komm, kann ich mir was vorreden, das ist mir vollkommen egal. Wo ist der denn jetzt bitte wieder? Was kommt der da drüben wieder raus? Oh, Mann. Also macht ja schon keinen Spaß mehr. Ich geh die nur anreden, weil ich weiß, dass ich mich mit der nix machen kann, geh ich sofort durch die Tür da hinten wieder. Da, da drüben. Hm? Ich geb dir gleich. Toll, fünf Minuten, schon wieder vergangen. Hm? Hm? Jetzt lauf, du Schwuchtel. Geh nicht durch die Tür, los. Lauf, 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 lauf. Hast du das? Geht doch. Oh, Mann. Schöpft? Ja. Dann lassen ihn noch ein Stück. Ich geh dann noch die nächste Tür aufmachen, wenn dann hören wir es zumindest. Und? Geht er? Ne, wir wissen es nicht. So, du da drüben. Warum stehst du da so wie Peak 7 und tust nichts? Guck mal hier, ne, da kommt man nicht ganz drauf. Ah, hier ist noch was. Hallo? Ich bin da. Hallo? Ich bin da. Ja, du. Mach was. Oh, ich bin da. Äh. Okay. Ich suche. Ich bin nur mal vorbeigekommen, um zu spazieren zu gehen. Ne, äh. Ich bin nur noch ein bisschen weggezogen. Äh. Ich bin nur noch ein bisschen weggezogen. Was ist das? Äh. Oh, nirisch. Ja, bitte, was soll ich jetzt dagegen tun? Äh. Haben wir irgendwelche Waffen? Haben wir irgendwas, was ich hier... Au, au. Au. Ey, nee, oder? Ich bin auch aus, Meister, mal, oder? Jetzt weiß ich, warum der Scheiß hier verschlossen war. Und dann? Oh. Ah, da. Muss ich erreichen. Komme ich da dann? Alter, wieviel unser Charakter aber aushältig schon und und dass das Essen allen sofort wieder komplett regeneriert ist auch, Hammer. Schmuss da drin, aber wie? Ah, die Dinge sind's, die mich schlagen, glaube ich. Was? Ich bin tot! Nein! Ey, ne! Ey, ne, Mann! Wie komm ich denn da dran? Ich weiß, dass Game Over ist. Entweder schmierst du jetzt ab. Ah, schmiert ab. Gut, wir sind's. So, da sind wir wieder. Dasselbe Szene. Mal gucken, ob wir es diesmal hinbekommen. Um sie irgendwie daraus zu retten. Ich hab echt keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll, wenn das uns das Vieh der Stände schlägt. Wir nehmen aber mal diesmal was anderes. Ich glaube, das ist irgendwie alles falsch. Und also das Vieh kommt doch trotzdem. Aber wie kann die Schmutzung bringen? So, wo hat das Leben in der Zeit gegeben? Eigentlich habe ich ihn selber EAEB Ogstum bernd mit Singularesten geschmiert. Ich meine, was soll das sein?! Ø сигbar sind keine ur- continental, oder so, äh? Hallo! Was machst du? Ich glaube wir haben oder was? Ähm, ich habe schon Pause. Also als ich da war wurde ich geschlagen. Was ist denn das da oben? Oder kann ich die noch gar nicht ranken? Ich kann es nur probieren. Oder ist das ein Siegel? Aber da muss ich anscheinend... Was heißt ein Hundekopf? Ist aber nett. Das sind ja Menschenköpfe. Geil. Richtig geil. So ist ein Hundekopf. Let's have a try. Nö, da komm ich nicht dran. Das geht gar nicht. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Und wieder da. Ich weiß nicht, ob der Hausmeister diesmal im Rannacken kommt. Der war nämlich eben hinter uns. Diesmal mit der dritte Möglichkeit. Ich geh davon aus, dass ich vollkommen wüsste Brot. Wir gehen einfach nur ganz zufällig hier. Hör auf, du. Was ist vollkommen wüsste? Senti? Yes. Okay. Dann... Moment, ich muss grad die Uhr... Was soll ich setzen so? Ja, da kommen wir nicht dran. Das kann man machen, was wir wollen. Dann würde ich sagen... Da ich auch nichts hab, womit wir das jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise ändern können. Ich hab schon noch einen Stift. Das ist... Ah ne, das ist Insektenspray. Bringt uns das was? Nein. Okay, bringen wir uns nichts. Ne, bringt nichts. Wir gehen drüben durch die Tür. Und drauf geschissen, was uns da erwartet. Gut. Könnten wir den Hausmeister anlocken? Ich probier's einfach mal mal gucken, ob's der dazu sagt. Äh, aber erstmal... So, wunderbar. So, Hausmeister, wo bist du? Das soll ja irgendwo sein. Du kannst ja bestimmt was ausrichten. Ach ne, wir sind ja oben. Ich suche... Ich hab irgendwelche Tipps bekommen, wie wir da rankommen. Ganz im Ersten, da dran komme ich nicht. Ähm, ich hab aber nichts. Muss ich da drüben wieder was anmachen? Gehen wir da nochmal ran. Ne, da kann man nichts machen. Nein. Schade. Hier. Doesn't work. Und hier drüben... Äh... Und hier drüben... Äh... Äh... Ja, äh... Natürlich alles abgeschlossen. Und hier drüben... Und hier drüben dann auch noch rein. Dann haben wir wohl ein Problem, dann kommen bei der Nächsten nur wieder auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da drin muss. Ich glaube, dass wir das heute schon hatten. Tatsache. Jetzt werden wir ja gerne mal... Müssen wir das echt nicht machen? Das irritiert mich gerade. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Oh.